Die 20. Minute-Ecke von der linken Seite. Krüger mit dem Kopf, dann ist da Eisenhut und da ist Borgmann! Welch ein Zaubertor des Energiekapitäns! Der mag das gar nicht glauben! Hier zunächst Eisenhut mit der Vorarbeit per Kopf, dann die Annahme mit der Brust der Pfeilrückzieher. Und Borgmann schaut ungläubig, ist der wirklich drin? War das wirklich ich? Bin ich, der Messi aus der Lausitz? Welch ein wunderbares Tor! Axel Borgmann, Saisontor Nummer 3 nach diesem perfekten Pfeilrückzieher.